Ah! Sieht doch fast so echt aus, oder? Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von uns. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Alle Netflix-Schauer und euch haben es sicher schon mitbekommen, Stranger Things kommt heuer endlich zurück mit Staffel 4. Und wir beide können es kaum erwarten, um diese doch etwas gruseligere Serie wieder zu verfolgen. Und haben uns gedacht, anlässlich dieses großartigen Events und dieser großartigen Neuigkeiten, können wir doch ein passendes DIY machen. Und was wird sich für Arthur nicht besser eignen als ein gruseliges Demo-Dog-Kostüm? Ich hoffe, das spricht man so aus. Wer weiß nicht so genau. Auf jeden Fall, ich meine diese gruseligen Kollegen hier, die doch auch ein wichtiger Teil, vor allem der letzten Staffel noch waren. Und das passt perfekt. Es gibt natürlich eine ganze Menge bestehender Cosplays, DIYs für solche Dinge. Und nachdem wir momentan nicht unbedingt auf der Höhe unseres Budgets sind, haben wir uns gedacht, wie können wir auch ein gruseliges Demo-Dog-Kostüm für Arthur herstellen, ohne dass wir gleich unkosten dafür ausgehen müssen. Unsere Lösung ist ein aufsetzbarer Kragen aus Pappmaché. Dazu braucht ihr eigentlich nur Versandkartons, Küchenpapier, Bastelkleber, Wasser, Pinsel, etwas Farbe und eventuell noch etwas Draht, um das Ganze zu verstärken. Beziehungsweise habe ich noch eine Schaumstoffwurst dafür verwendet, um den Kragen unten stabil zu machen. Aber das zeigen wir euch jetzt nochmal im Detail. Mir ist natürlich klar, dass nicht jeder so eine Schaumstoffwurst parat hat. Ihr könnt da überlegen, soll man den Kragen an irgendeiner Stelle auch öffnen können oder so quasi draufklipsen. Ich habe es eben mit dieser Wurst gut getroffen, wird perfekt gepasst und man kann sie noch schön über den Kopf ziehen und habe das einfach zusammengeklebt. Ihr könnt aber auch ein super stabiles, breites Halsband als Grundlage verwenden. Tobt euch da ein bisschen aus, vielleicht findet ihr auch eine andere Lösung, die gut funktioniert. Wie gesagt, wenn ihr es über den Kopf drüber ziehen möchtet, müsst ihr das genau abmessen, sonst auch an eurem Hund, wie groß das Ganze sein soll oder probiert das eben quasi so im Trocknen aus und kalkuliert ein, dass ihr innen drinnen noch wirklich genug Platz habt, weil das durch das Pappmaché noch etwas dicker wird. Weiter geht's mit diesen blütenblattförmigen Mundteilen. Der Demodog hat fünf so Teile, eins ist kleiner und vier sind größer. Das heißt, viermal habe ich so eine 25 cm lange Blütenblattform ausgeschnitten und einmal hatte die nur 17 cm Länge. Das ist wirklich von der Basis bis zur Spitze und ich habe mir das einfach aus Versandkarton zugeschnitten. Hier seht ihr, wie das Ganze im Grundlegenden zusammengebaut wird. Oben, wie gesagt, das kleinere Blütenblatt, ich nenne es jetzt einfach mal so, und rundum angeordnet die vier großen Teile. Das ist quasi das Grundgerüst und wir müssen das Ganze jetzt irgendwie zu einem stabilen und soliden Grundgerüst eben auch erstmal zusammenkleben. Durch die Bank gilt aber erstmal am kleinen Teil weiterarbeiten und natürlich hat so ein Demodog sehr viele kleine Zähne, die ich nicht einzeln aufschneiden wollte. Deswegen habe ich mir so lange Streifen genommen und hier dann die Zähne direkt dran eingeschnitten in so einem Zickzackmuster und unten habt ihr gesehen, das sind so kleine Schnitte, damit ich diese Kartonstreifen, die doch etwas dicker sind, besser biegen kann. Die habe ich jetzt eben hier für den Kragen selber noch angepasst, damit das eben auch, wenn ihr das Foto angeguckt habt von so einem Demodog, dann sieht man, dass die eben auch wirklich bis an den Rand voller Zähne sind. Also das ist ja alles voll mit Zähnen. Ich habe jetzt einfach etwas Gaffer geschnappt und das Ganze einfach mal so semiprofessionell da dran geklatscht. Wie gesagt, schon gut und stabil festkleben, aber es kommt ja noch eine Schicht Pappmaschie drüber. Das heißt, wenn das alles nicht so super ordentlich wird, wichtiger ist einfach, dass es mal halbwegs hält und später wird das dann eh noch überzogen und härtet aus. Ihr könnt, wie gesagt, da auch total kreativ sein, was ihr eben zuhause rumliegen habt. Vielleicht habt ihr irgendwas, das noch mehr nach Zähnen aussieht. Ich habe mir eben gedacht, ich mache mir nicht allzu viel Stress, dass ich jeden Zahn hier einzeln dran klebe und habe mir eben so eine Art Zahnleiste aus Karton hergestellt. Aus diesem Grund ist es auch super wichtig, dass ihr eben beim Ausmessen berücksichtigt, wenn ihr eben so was wie die Zähne hier noch dran kleben wollt. Jede Schicht, die noch dran kommt extra, nimmt natürlich etwas vom Durchmesser weg und ihr wollt das ja später noch gut über den Kopf drüber bekommen. So, ich bin ganz zufrieden. Jetzt geht es an diese Seitenteile, an meine sogenannten Blütenblätter. Ich werde es jetzt auch weiterhin einfach so nennen. Ihr könnt ihr noch so etwas vorbiegen, dass der Karton nicht ganz so statisch und gerade ist. Es hat ja doch eine eher organische Form. Also grundsätzlich ist es ja auch wirklich so wie bei einer fleischfressenden Pflanze in Wahrheit, bei diesen Dimo Dogs, die öffnen und schließen das. Deswegen habe ich mir das so vorgebogen. Damit das Ganze etwas stabiler bleibt, gerade an den Rändern und mir nicht irgendwie wegbricht, wenn ich dann das ganze Pappmaschine draufbaue, habe ich mir jetzt so einen Basteldraht noch geschnappt und den außen auch mit etwas Gaffer dran geklebt. Das Ganze könnt ihr dann auch so etwas vorbiegen. Ihr könntet das natürlich auch eher geschlossen machen. Ich wollte aber, dass Arthur noch trotzdem einiges sieht, wenn er das dann anhat und habe mir das eben mal so vorbereitet. So ist es schon recht stabil. Jetzt kommen wieder meine Zahnreihenstücke. Ich habe mir da ganz viele davon gemacht. Ich habe es jetzt nicht perfekt ausgemessen, aber bei mir waren das eben circa so zweieinhalb bis drei Zentimeter hohe Zahnteile. Und unten habe ich es eben so ein bisschen eingeknipst und geformt und gebogen, damit man das eben auch weiter mit Klebeband da dran machen kann. Das war mal so quasi die Außenumrandung. Wie gesagt, man könnte natürlich auch einzelne Zähne machen. Ihr könnt euch da austoben aus allen möglichen Materialien. Natürlich, umso mehr Arbeit ihr da reinsteckt, umso realistischer sieht das auch aus. Aber nachdem ich viermal so ein großes Blütenblatt habe und einmal noch ein kleines und ich nicht die geduldigste Person auf diesem Planeten bin, habe ich es mir relativ einfach gemacht. So habe ich dann das rundum fixiert. Ihr könnt da ruhig wirklich viel Klebeband benutzen. Pappmaché haftet normalerweise gerade auf diese Art von Klebeband. Das ist Panzerdape. Ich bin mir nicht sicher, ob das Gaffer ist. Auf jeden Fall hält es dann schon relativ gut und stabil auch. Ihr könnt sehen, das ist jetzt so ein Blütenblatt. Das ist jetzt noch nicht 100% dicht rundherum. Da steht auch noch sowas ab. Aber das ist jetzt mal absichtlich so, weil ich es, wie gesagt, immer schon wusste, dass ich da später nochmal was überziehen werde. Ich habe dann noch eine zweite Zahnreihe ergänzt. Die ist etwas kürzer natürlich und liegt so 2 cm im Abstand und in der Mitte habe ich noch ein einfaches Stück Zahnreihe hinein fixiert. Da links und rechts gut mit Gaffer wieder fixieren, damit das auch schön gerade drinnen steht, so lange, bis ich es dann mit Pappmaché überziehen werde. Ich finde, jetzt sieht das Ganze schon etwas mehr nach Zähnen aus. Wie gesagt, ihr könnt da richtig kreativ sein und auch jeden Zahn gerne einzeln dran kleben, wenn ihr das hyperrealistisch machen wollt. Vielleicht habt ihr auch irgendwas, das so eine Kegelform hat. Natürlich, umso detailreicher, umso mehr Zähne, umso mehr Arbeit. Ich habe mir das Ganze jetzt hier so angeordnet. Warum ihr euch wahrscheinlich auch fragt, warum dann einerseits jetzt auch keine Zähne sind bei dem Halsstück an sich, ist, dass mein Hund Stehohren hat. Also Arthur hat einfach Stehohren und da sollte ihm dann nichts im Weg sein, weil gerade an den Ohren sind Hunde empfindlich. Und wenn die schon so brav mitmachen und für Herrchen und Frauchen auch mal ein Kostüm anziehen, dann sollte es doch sehr angenehm sein. So sieht das Ganze jetzt grundsätzlich aus. Ich habe das jetzt angeordnet. Ich finde, es sieht jetzt schon weniger nach Blume als nach zumindest einer gruseligen, fleischfressenden Blume aus. Und das war auch so ein bisschen das Ziel, dass es auch schon mal im Grundgerüst so ein bisschen erkennbar ist, dass es eben jetzt hier Zähne sind oder wie Sägen. Jetzt klebe ich die einzelnen Blütenblätter einfach wieder mit Gaffer dran. Hier ruhig nicht sparen, dass das mal so halbwegs stabil ist und das Grundgerüst mal halbwegs solide zusammenkommt. Es sieht jetzt noch super unordentlich aus. Ich habe jetzt auch das Klebeband hier nicht super exakt dran gemacht. Wie gesagt, es kommt einfach noch eine dicke Schicht Pappmaché drüber, die dann doch einiges tragen und aushalten muss. Aber es sollte einfach mal drunter gut fixiert sein. Und da sind wir jetzt auch schon. Ich habe am Anfang noch einen Teil von so Verpackungspapier verwendet und etwas zusammengeknüllt, um gerade hier diese Übergangsstellen von dem Halsstück zu den Blütenblättern etwas damit zu verstärken. Und habe das auch schon hier mit Bastelkleberwasser gemischt, was man eben klassisch für Pappmaché verwendet. Ihr könnt das übrigens auch umweltschonend aus Mehl herstellen. Also ihr könnt euch selber einen sogenannten Mehlkleber machen und da erstmal eine erste großzügige dicke Schicht reinklatschen. Also alles, was irgendwie gefährdet ist, noch zu instabil zu sein, dünne Stellen, vor allem die Verbindungsstücke, wirklich gut mit Papier auffüllen, ausstopfen, dran kleben, damit es später eine möglichst stabile und resolute Mischung gibt. Ich habe jetzt nicht viel mehr dazu gefilmt. Ich habe einfach immer wieder Stellen verstärkt, ausreichend mit Küchenpapier und Klebstoff überzogen. Und an den Rückseiten von meiner Skulptur hier habe ich dann auch nochmal mit dicken Zeitungspapierknäulen bzw. Versandpapierknäulen das so ein bisschen, diese Shape gemacht, dass es einfach schön so diese rundlichen, dickeren Blattformen hat. Und das Ganze ist dann über drei Tage lang tatsächlich richtig gut ausgehärtet. Ich bin auf Nummer sicher gegangen, damit man dann auf dem schön getrockneten auch wirklich gut malen kann und natürlich auch nichts mehr bricht. Ich habe mich für Acrylfarbe entschieden und zwar einfach nur Rot und Schwarz, habe mir eben aus Rot und Schwarz so ein etwas blutigeres Rot gemixt und einfach mal ganz wild drauf losgemalt. Hier könnt ihr euch wirklich austoben. Ich habe mir einfach ein Foto als Vorlage verwendet und dann habe ich gemalt. Das hat auch eine Weile gedauert. Wenn ihr das Pappmaschee aber richtig gut getrocknet habt und auch eben richtig schön glatt gemacht habt, lässt sich das so super bemalen und das ist auch ein großer Vorteil davon. Ihr könnt da total flexibel und kreativ selber Farbe mischen und Acrylfarbe hält da auch prima drauf. Also Wasserfarben würden jetzt nicht klappen, aber ihr könnt auch andere Plakatfarben verwenden. Einfach Farben, die gut decken, trotz alledem. Ich finde, dass auch diese Küchenkrepp-Struktur relativ gut gepasst hat. Für dieses Maul, das es ja darstellen soll. Und wie gesagt, ich habe da einfach total nach Vorlage gearbeitet und einfach mal sehr viel Farbe auch dafür aufgewendet natürlich. Ihr seht, ich habe das auch nicht an allen Stellen perfekt und gleichmäßig gemacht mit der Farbe. Das heißt, es hat nicht überall den gleichen Farbton, aber dadurch, finde ich, kommt es noch etwas organischer und realistischer rüber. Wie ihr seht, ist es wirklich keine große Hexerei an Materialbedarf, die ihr da braucht, aber einfach wirklich Geduld. Also der größte Nachteil ist eben, dass es lange zum Trocknen braucht. Aber wenn es getrocknet ist, habt ihr ein leichtes, großes Teil, das man trotzdem prima bemalen kann. Wie gesagt, für einen Hund selber sollte es dann auch einfach kaum Gewicht sein. Es stört dann vielleicht trotzdem, wenn es zu groß ist oder weil diese Teile so wegstehen. Aber es hat einfach kein Gewicht. Es lässt sich nicht verbiegen. Es hält trotzdem auch mal aus, dass jemand dagegen läuft, ohne sofort kaputt zu gehen. Das sind schon viele Dinge, die eigentlich Pappmachier zu einem wunderbaren Werkstoff machen. Muss man auch mal klar festhalten. Ich habe mich, wie ihr sehen könnt, stundenlang gefühlt ausgetobt an dem Teil, habe dann immer mehr Details hinzugefügt, geschaut, dass die Zähne deutlicher rauskommen. Es war ganz schön viel Arbeit, muss ich ehrlich gesagt noch mit eingestehen. Ich habe auch dann noch weiße Farbe hinzugenommen, die Zähne nochmal im Einzelfall etwas mehr zu betonen oder wo das Pappmachier zu dünn geraten ist. Alles dann noch ein bisschen ausgeglichen. Ihr könnt da wirklich so viele Details dazu malen, wie ihr möchtet. Und ihr seht, ich habe mir echt viel Zeit genommen dafür. Das heißt, das Video ist eigentlich super kurz geworden. Auf der Rückseite, nachdem alles gut getrocknet ist, habe ich dann natürlich weiter gemalt. Und habe da auch die Farbe etwas verdünnt mit Wasser und so ein paar kleine Äderchen ergänzt. Ich finde, auf einigen Fotos aus der Serie sieht man auch richtig gut, wie das im geschlossenen Zustand aussieht, beziehungsweise dass eben eigentlich die Hautfarbe eher so wirklich ganz blass und weiß ist und gräulich eigentlich. Und habe das auch so versucht, ein bisschen nachzustellen. Aber ihr könnt es im Prinzip auf der Rückseite auch einfach weiß lassen oder komplett grau anmalen. Ich habe dann auch noch so ein paar Sprenkler am Ende ergänzt mit Farbe, damit das wirklich auch so diese Optik hat, wie auf den Bildern. Im Intro habe ich euch ja schon gezeigt, dass es offensichtlich geklappt hat. Und hier seht ihr jetzt Arthur nochmal bei normaler, schöner Raumbeleuchtung mit Special Effects Subber, die er selber beigesteuert hat hier. Der Kragen hält, man kann ihn super aufziehen. Wie ihr seht, er ist jetzt nicht super aufgeregt dadurch, dass er das anhat. Das hat kaum Gewicht, es ist natürlich etwas einschränkend und unpraktisch für ihn. Aber es hält, es ist stabil, es sieht eigentlich einigermaßen cool aus. Zumindest bin ich persönlich zufrieden dafür, dass wir hier wirklich eigentlich keinen Cent dafür investiert haben, sondern altes Verpackungsmaterial recycelt haben. Sieht eigentlich richtig cool aus, liegt wahrscheinlich wirklich an Arthur's vollem Einsatz. Er geht richtig auf in seiner Rolle. Und ja, das war's soweit. Sieht doch fast zu echt aus, oder? Dann würden mein kleiner, gruseliger Demodoc und ich mal sagen, danke, dass ihr dran geblieben seid bis jetzt und danke fürs Zuschauen. Lasst uns gerne mal wissen, ob wir vielleicht noch eine andere Serie verdienen sollen oder uns irgendwas dazu einfallen lassen können. Beziehungsweise vielleicht habt ihr auch noch andere Ideen aus dem Stranger Things Universum. Quasi irgendetwas, das wir nachmachen sollen. Und wir können uns auch voll im 80s-Style verkleiden das nächste Mal. Wäre vielleicht auch noch eine coole Idee. Und wir sehen euch hoffentlich bald wieder zu einem neuen Video von uns. Macht's gut und schaut gerne wieder rein.